Guten Tag, meine Rabauken. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche gehabt. Holt euren Scotch raus, holt das Bier raus und lasst uns zusammen ein paar Songs anhören. Ich wollte eigentlich diese Woche mehr Videos machen. Leider habe ich mein Ziel nicht erreichen können. Ich hasse Dezember, ich hasse November. In diesem Monat musste ich verdammt viel arbeiten. Deshalb habe ich auch nicht geschafft, wirklich viele Songs mir anzuhören und dazu ein Video zu machen, obwohl ich das vorhatte. Ja, naja, kann ich leider nichts dran machen, ändern kann ich das auch nicht. So ist die Welt eben. Und es gibt einen neuen Song von Mach Cool, welcher heute rausgekommen ist. Diesen Song hören wir uns auf jeden Fall zusammen mal an. Und ich hoffe, auf eurem Tisch steht genug Knabberzeug und ein bisschen Scotch und Whisky und dies und das. Und lasst uns mal den Song genießen. Ein wunderschönes Auto und... Ja. Wo ist denn da Markul? Wo hat er das Video gedreht? Das sieht aus wie England oder Green Park. Green Park ist doch in England, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ey, ich muss sagen, der Sound hört sich ganz anders an als die restlichen Songs, die ich von ihm gehört habe. Also die vorherigen Songs. Die Qualität des Videos. Das ist geil. Cool. In manchen Momenten sieht man cool so ein bisschen aus wie Ufo 361. Ich schwöre es euch. So. In manchen Momenten hat man so das Gefühl, ich gucke russisch und Ufo. Ah, City of London Police. Also war er in England oder hat das Video in England gedreht. Ja, Banzer tut bis Schance, все krute. No, ты не в своей квартире. Тебя усынт. No, ты не любишь, когда нас лечит. Я не слушал Рап со смыслом. На мои худые плечи падают большие числа. На мои худые что? Делать деньги на худ бицепс. Я не могу остаться на пицце, если я это мой принцип. What? Das ist möglich? Also in meiner Zeit habe ich aus Cola-Dosen sowas gemacht, ja? Man kann aus einem Apfel. Ey, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Okay. What? Wenn man sowas aus einem Apfel machen kann, ja? Dann kann man eine ganze Ananas rauchen, Bruder. Das habe ich mir, darüber habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Bis zum nächsten Mal. Cooler Clip. Ein ganz anderer Sound, als den ich vorher noch von Makul gehört habe. Also letzte Wochen, ja? Finde ich sehr gut. Ich finde das wirklich sehr gut. Ein ganz anderer, so ganz komischer Style für Makul irgendwie. Jetzt kommt mir halt so vor, ja? Wie gesagt, in manchen Momenten hatte ich so das Gefühl, ich schaue mir gerade UFO 361, aber nur auf Russisch an. Clip ist cool. Clip ist cooler Clip. Also auf jeden Fall gute Qualität. Kann man gar nicht meckern. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Trinkt euer Scotch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.